was geht Leute herzlich willkommen bei der dritten Folge von Let's Play Payday 2 und diesmal wieder mit dem Florian und dem Trigger Hallo und ich glaube wir warten nicht noch auf den vierten oder ich mache jetzt einfach Start okay das wird Massaker das wird Massaker Acht Taschen? Acht Habe ich da nicht gelesen? What? Careful with the people Hallo? Ich habe genug Schwuck für Acht Taschen 1 Warte hier hier sofort zwei Stürze bis hier 1 3 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 1 10 10 INT Schnell...schnell...schnell...schnell...schnell...schnell...schnell... Welcher mehr braucht der? Boah...300 Sekunden Verhaftet er? Minuten LOL What's the hell, wie...? Alter, die viel, wie wenig Schüsse die da brauchen um mich zu perkehren Haben wir auch eine Tasche Wie viele Taschen brauchen wir noch? Einer. Okay, die hab ich. Autsch. Okay, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind nur sieben. Ja, eine sind im Tresor. Nein, muss nicht sein. Bös. Einfach kriegt man deine Tasche voll. Du musst was Großes einsammeln. Wie oft noch? Oh. Verliebt die Schuhe. Boah. Die machen Schaden. Einer ist, keine Säure schon verhalten. Ey. Was ist das denn? Da hat er ein Bohrer. Boah. Boah. Blendgranate. Boah. Die scheiße. Ich bin hinten im Tresorraum. Brauch ich mal Hilfe. Brauch ich nicht. Alter, wie viel AP die hatten. Der kriegt nicht Sterne. Boah. Loll, wie der schluckt. Die schlucken, hallo. Ey, ey, ey. Du musst, einer muss die ablenken. Ich bin hier, ich wette die gerade getasert. Ja, ich bin down, man. Alter. Ne. Das hört nicht. Mich auch. Ne, ich will auch gerettet werden. Aber du bist schwerer zu retten. Ich hab doch keinen. Ah, nur noch vier Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Sauber. Oh, da kommt einer. Super. Zu spät, aber. Ja. Ja. Wir sind sehr viel zu spät. Ja, ich trinke Wunderbat. Auf, da kommt er gut. Oh, ey. Ich trinke mal neben dir. Hinter dir. schakal flue kommen gar nicht mehr wieder wir kommen nicht mehr wieder wir sind tot also die festgenommen wir kommen wir können nicht mehr wiederkommen ja komponierten Schocker ihr müsst tauschen ihr müsst tauschen können auch nicht oder wir müssen das Money wegbringen, Alter ich will so erst aufmachen ist der immer noch nicht auf? ja Junge der ist kaputt muss er reparieren es bringt nichts, wenn beide reparieren, es bringt nichts, es bringt nichts, wenn beide reparieren oh man wie kann man den Sprachschiff retten äh nicht reparieren, nicht reparieren, nicht reparieren, nicht reparieren, nicht reparieren ich kann getauscht werden was kannst du Florian kann getauscht werden Medikit, er braucht ein Medikit Florian ist wieder drin, glaub ich Du brauchst auch ein Medikit Chakal Ich glaub ich kann nicht getauscht werden, oder? Nee, ich kann nicht getauscht werden Hat wer ein Medikit? Wir haben keine Geile Wir haben keine Dings mehr Du hast noch Medikit dabei, oder? Nein, ich hab Munition noch Ist egal, du hast Medikit Du hast einen Medikit, oder? Nein, ich hab Muni dabei Ich hab einen Medikit Oh Gott Kommt in die noch zwei Taschen ein Ich bin tot Nein, 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 nein Verhaftet Was zum Lisa, Hilfe Wie das aus Was ist das? Hat getasert, Alter Helf mir doch In der Tür Ja, wo? Bei dir im Raum, ey Ja, der war in dem Raum Der war in der Tür, Flo Genau der da Ja, wollte ich das wissen Oh nein, ich muss nachladen Irgendwo, Muni? Hinter dir, Flo Der ist ein Typ Hinter dir ist ein Typ Der schießt sich voll ab Ich brauch Muni Ich brauch Muni Aha Bildern und Stier Wir brauchen ein Medikit mehr Ja Nein Ein 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 noch mit Medikit Und so das war Oh ja Ehhh Ja Das war aber nicht schlecht Ich nehm Ach ne, ich hab sie ja schon Medikit dabei Wer hat denn da... Oh nennt denn der Störsinn da nicht? Was ist das denn? Der ist das denn da? Der ist das denn? Der ist das denn da? Der ist das denn da? Der sind da? Der ist das denn da? Waffen hat auf jeden Fall die gleichen wie ich so hat er wirklich die auch? Nein. Die heißt anders. Sieht aber wirklich so aus. Die sieht auch ganz anders aus. Nachdem bereit? So. Ja. Ich hoffe, der Kinder hat ein bisschen. Acht Taschenäbel. Also die Taschen hatten wir ja, ne? Außer einer hatten wir alle Taschen mehr. Ich geh von hinten rein an der Nutte vorbei. Da ist ein Polizist vor dem Angewalter. Hier ist eine Nutte. Die ist ganz schön hässlich. Das wird das Titelbild von der Folge. Ich darf noch nicht mal züpfen. Wow. Mein, warum? Lol. Warum habt ihr den abgeschossen? Haben wir nicht. Mein hat auf einmal die Mütze aufgesetzt. Ich hab zwei Geiseln. Ich hab zwei Geiseln. und und mann und aus großem jahre flogen immer die kisten da weg ich hab die ganze ich habe ganz viel ist nur weg auch ich bin ganz sicher weil da ein ein ich schon tot er schmuggers sind hier ist warum ist er für nichts mehr? Komm schon! ja ja ich hab einfach bei ich hab einfach den hinterausgang ihr müsst nicht auf die Fenster achten da bin ich nicht mehr lange 130 Sekunden 2 Minuten Junge die tanken alter wow Junge verwurrt verwurrt Hilfe wo gefälsert kommt in den Raum ah Hilfe ich bin gefälsert Hallo hinter dir Alter der ist so ein Idiot Hey Alter der war die ganze Zeit neben mir und merkt das nicht ich bin ich bin tot gefälsert etwa Frühflash ich bin das das ist der Moni 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 das macht das Besor der St aber werden das das 80 Sekunden verkennt euch tot was war das denn was du auch läuft Boah Hilfe ich werde gefälsert Fuck ich liegt ich bin down ich komme quasi da ist einer pass auf ich werde schon wieder gefälsert durchs Fenster ein das Granat ist tot nein aber ich bin doch es neuer all was sie ich bin getätert dacke da ist ein Schild im Blick ich kann ihn nicht ja fünf Sekunden wo bist du nein ich bin Moni los Boah Hilfe passen ich helfe dir Bruder ich helfe dem anderen Typen hier da kommen wir durchs Fenster durchs Fenster habt ihr den hallo durchs Fenster ich brauche Moni ohhh ja komm wenn ich es doch sage ich muss andere aufgeben Alter ich bin Moni ich bin Moni Alter ich bin froh also ich bin gefangen oh wer im Alter aber wie viele Leben wir haben das ist nicht mehr Alter ist so schlimm er hatte ist zu low eh die sind alle locker und wir sind nicht low ich bin fast Level 9 wir hätten ab und zu nicht sterben müssen wenn der uns geholfen hätte so oh noch ein Versuch würde ich sagen das ist der Versuch ein Versuch machen wir noch ja boah der Typ hat Low Internet ey das wäre nämlich aber das AK Gewehr das hat das gefällt mir das ist auch eine normale Pistoll Alter oh ich weiß nicht das steht auch warum es hier für soviel EP geht das ist der AK Gewehr das ist der AK Gewehr nicht mehr besser ne Krieger? ja ready oh die Kühle lasst mal lasst mal lasst mal jetzt erst den Tresor aufbrechen ja ist so ja ohne dass es bemerkt in dieser Runde das geht nicht doch? obwohl doch ja geht zu und drüber in den Tresorraum um wo sich jetzt die Maske anzunehmen wenn man nicht nur mehr sein das sind jetzt auch er hat der Aljoker ist draußen ja der Pult jetzt alle 9 was im Monat der Box auch es hätte so gut geklappt so gut geklappt noch ein Apfeljahr ja jetzt wohl schnell die die Säcke ja ja bin schon fast tot macht keinen Sinn mehr das zu spielen du musst die Säcke jetzt mal zum Tresor ich hör auf die Säcke einfach an die Tür gar nicht packst du in den Tresorraum ja ich bin doch schon fast tot also okay es sind zum Glück noch nicht so viele Polizisten Alter jetzt kommt wie viel habt ihr? fast alle fast alle 1,2,3,4,5 3 fehlen noch ich spöre die ganze Zeit raus um die Buderei zu killen 6 einer muss noch hinter ja hier ah ich hab keine Mund mehr ok da muss ich los her ich bin hinter so Pissell hast mich hinter gebracht ja ja der liegt doch 1,2,3,4,5,6,1 ja ich werde von mir ich wäre schon mal ich wäre schon mal ich wäre schon mal FIB äh FBI schildern nein ich wurde gezielt oh ey den Zeit kommt doch hinter als habe ich schon HP hat der denn dieser dieser als so kommen aber nicht ich weiß nicht dass er mit dem abgehen die ganze Zeit gesagt nach hinten nach hinten er hat aber nur eine andere nicht gesagt dass er über die Leben und den Bordans so wohl die Leben hier bei mir ja auch von der ich habe doch gut liegt schon nein ich habe um die Zunge liegt Ja, hab ich auch bemerkt. Schilder! Wow! Wow! Boah, fuck ey, sie flasht! Ah! Alter, da sieht man ja gar nichts! Is so! Übelst scheiße! Boah, jetzt ist die Granate reingedrohen, ja. Wow! Yolo! Oh, die sind schön, dann komm ich nicht dran vorbei. Alter! Ninja! Hier, komm rein! Alter, der versteckt sich da voll in seinem Kackschild! Oh, ich liege! Aua! Aua, ich bin down! Ah, nein! Pff, Flo! Ich gräse nicht, Pasi! Danke, ich bin aber vollflasht! Sexy, nicht, Mann! Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich bin der Bohrer! Ich gräse nicht, Pasi! Danke, ich bin aber vollflasht! Sexy, nicht, Mann! Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin! Ich bin der Bohrer! Ich bin der Bohrer! Ist denn noch Medi-Cat-Ringbow? You tasered? Was ist denn? Von wo? Ich liege draußen! aus draußen hat sich von den durch war 9 mit zu überleben und 210 weg auf wieso gehe ich auch raus also nachdem er jetzt auch in der Schmuck okay hat er da bei der Juga halten es macht ja alt war und beide bauen auch kommen erhält er so war schon auf dann würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge ich werde jetzt vielleicht über 9 jährlich für den 9 dann sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin hat er rein ciao